Ich mache ein Powerpuff-Girl-Tap-Pick. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon kennt, welches Powerpuff-Girl es ist. Ich habe zwar die Serie nie geschaut, aber meine alte Mitbewohnerin hat sich das Motiv gewünscht. Und deswegen mache ich es ihr natürlich jetzt. Ich habe natürlich mit den Outlights angefangen. Und diesmal hat alles geklappt. Leute, ich war so krank erleichtert. Denn ich will natürlich, dass es perfekt wird, wenn es ein Geschenk geht. Dann habe ich einen Teil der Augen, natürlich auch schwarz. Und bei den Augen habe ich immer am meisten Schiff. Denn da ist bei dem Stitch-Tap-Pick ganz schön viel schiefgelaufen. Aber dann, als ich die Weiße im Auge auch noch ausgefiltert habe, ist ja da ein bisschen was schiefgegangen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch schlimmer. Abonniert mich, wenn ihr auch schon gespannt seid auf das Ergebnis.